Unsere Helden zur Frantalia Arena geht weiter. Sie durchqueren gerade ein Weideland, das gigantische Ausmaß hat. Wir sind schon ewig unterwegs. Ich bin echt total fertig. Halt durch, Citro. Vergiss nicht, wir könnten einigen coolen Pokémon begegnen. Wie? Danke, ihr Weide habt Energie bis zum Abwinken. Hör mal, Citro, du darfst auf keinen Fall aufgeben, sonst könntest du uns verloren gehen. Hey, es reicht, hör auf, mich aufzuziehen. Oh Mann, was in aller Welt war das? Ein Pokémon? Hier lang. Wow, ein Pyromäu-Rudel. Ich finde sie super süß. Wenn das nicht sein, hör auf. Vielen Dank.